Darf eine Frau, die menstruierend ist, in die Moschee gehen, zum Beispiel beim Unterricht? Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Die meisten Gelehrten sagen, das ist verboten für die Frau, dass wenn sie menstruierend ist, in die Moschee hereinzugehen. Natürlich haben sie einige Beweistexte herangezogen, um ihre Ansicht zu begründen. Aber Wallahu ta'ala ala wa'ala, richtig ist, dass die Frau in die Moschee kommen darf, mit der Bedingung, dass sie sich so schützt, dass nichts durch die Kleidung gelangen kann und zum Beispiel auf dem Teppich oder sonstiges sickert. Wallahu ta'ala ala wa'ala.